Hausschuh-Podcast! Willkommen bei einer neuen Folge des Hausschuh-Podcasts. Mein Name ist DJ Reverb und ich stelle dir hier jede Woche die allerbesten Haussongs vor. In dieser Woche hörst du ein paar fantastische Lieder von Ruben Mandolino, dem City Soul Project und Low Stepper, der lieferten Remix von dem Klassiker Deep Inside von Hard Drive. Und schließlich ist Miss Luna aus Ibiza auch noch mit dabei. Mehr zu ihrem Song Love Bomb, das erzähle ich dir am Ende von HSP 88. Aber jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für zwei aktualisierte Bewertungen bei iTunes. Kai Pero schreibt, Hauss-Podcast mal Funky. Der Funky-Podcast Nummer 85 gefiel mir sehr gut. Gerne mehr davon. Auf die Classics warte ich auch immer gespannt. Retrofeeling. Und Alex T67 vergibt 5 Sterne Deluxe. Wieder voll ins Schwarze getroffen. Hammer Podcast. Bin seit Anfang an dabei und es ist toll zu sehen, wie sich alles entwickelt. Weiter so. Der Balearik-Haussommer kann kommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Bewertung. Damit motivierst du mich ungemein, jede Woche eine neue Folge von Hausschuh zu mixen. Und dann hilfst du Hausschuh auch noch ganz persönlich und selbst, besser in den Podcast-Verzeichnissen gefunden zu werden. Und so entdecken dann noch mehr Hörer mit deinem fantastischen Musikgeschmack diesen Podcast, diese Mixshow. Kai Pero hat das Retrofeeling bei den Haus-Classics ja angesprochen. Wenn du Hausschuh bis zum Ende hörst, dann verrate ich dir, wo du mein Buch über Haus-Classics bekommen kannst. Und so gibt es dann noch mehr Retrofeeling. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Der B-Wurb ist gut, wie schön! Untertitelung des ZDF, 2020 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 In HSP, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt verkaufen wird, 2020 Den Link zum Buch bei Amazon, den Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Vielen Dank fürs Einschalten, ich wünsche dir eine fantastische Woche, ciao!